ja welkomm der letztendlich rückwirkung das ist die mädchen weil es ihr seht gerade zufälligerweise ist es ein abwunsch jahre juhalina 307 ich schätze mal das hat nichts zu sagen dass du vielleicht am 13.7 geboren wurde es nein ein schicker wald die bäume sehen so realistisch aus alter ich kriege orgasmus von der map oh mein gott alles eindeutig also sie wird doch dann ich will spielen gegen den progamer 0 1 progamer 1 den zufälligerweise als die man kennt ich bin gestorben hilfe mein zweiter account habe ich eine waffe jetzt unnötig angemacht ja das hat der letzten folge gesehen ich bin fertig hatte noch was zu sagen oben links Prozent in die blöde leiste könnt ihr zufälligerweise sehen wer gerade alles dabei ist und sprechen kann mit blox die aktiver kackten nein hallo der klub sie das ist gerade jemanden füttern gegangen hat er gesagt wo gehen sie nun an alter scheiß schütze sei das egal ist so scheiß ich habe keine 50er trinken so fällt mir das nicht auf du wirst du ich habe gesagt hat joint einer das voll kacke derzeit zu machen sollen bei uns nicht gesagt dass er dabei sein muss wieder wer das nicht gleich wieder anstieg ich wollte dabei sein ich habe dabei sein King Boy bist du das die Uhr jetzt nicht oben die Leute waren es wie hier alter ich bin es jetzt reich da gar nichts mit oder nicht ich habe das ein Spruch immer noch gar nicht mehr kommt über die Uhrzeit schon mehr fällt gar nicht auf naja um 160 Play 1 ich habe sie zufälligerweise gerade geschrieben 130 habe ich nicht geschrieben ein kleiner und überreicht doch 160 sage ich doch siehst du es ist dick verdammt ich hab keine Nails mehr auch aber es lohnt sich also dem die Maps ich zu downloaden ich will nicht sagen ob sich nicht lohnt ich will auch nicht sagen ob sich lohnt weil ich ein Leben als Sterben ihr wisst selber ob es euch lohnt oder nicht ich lässt Play die Map für euch und ihr könnt es euch dann nachgucken und Alina du hast einen wunderschönen Namen ich mag den Namen Alina der hat sich irgendwie nicht an also wenn wenn weibliche älter ist einiger nix und wenn weibliche Personen wird verspielen dann hat sich das nicht an da haben wir es ist mal ein bisschen unterschiedlich ist der Leder ist verliebt der Leder ist verliebt hallo Klox ich würde ich gerne weiter bei uns brauchen kann ich würde ich gerne mal etwas kennen das ist so ein Typ so mann älter als Blocks so weiter Fett sagt sie sich immer von der Alter ja wie bei Faustberg vollkommen sich Schiffsfressen ja hab ich überhaupt verheiratet Alina sei mal bitte so nirgern ich ja gar nicht wenn man bitte so nett und schreibt als kommentiert und so au 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 ich hatte ihn hätte auch gern Bild von dir ja genau ein Foto bitte die Hüte dann wissen wir genau wie sie mir es hier zu tun haben also wir brauchen von vorne und einmal von hinten wir brauchen Fakten die Fakten müssen auf den Tisch dass hier ein schöner gebauter Wald ist von irgendjemandem ist so ein Scher scheißegal da steht auch noch mal Alina 307 die Bäume sehen alle gleich aus ja ich wollte ja nichts Negatives hier sagen aber ihr könnt die Arbeit für mich erledigen Alter können aber auch wenn alle auf mich zu gehen äh deswegen hab ich euch damit die positiven Sachen du hättest den wieso hast du mit einfach alles zugemacht außer bei mir außer ich gegen euch wir brauchen denn kann er gleich mal machen bitte ich werde es doch nicht ob ich es zu helfen ja aber ich glaube da mache ich kann es können es gibt auch ein Dauer und ständig hau zufriedenweise ja und an die Datt spielen wir dann nicht gegen euch zwei ich weiß gar nicht weil die nächste hundertste Folge kommt ich muss ja noch ein richtig schönes Spezial draus machen und ich weiß doch schon was ich als 100 erste Folge machen werde da weiß ich schon hundertprozentig er weiß nicht sagen und geht nicht dass sie sich ihre Vorfreude wegmachen als etwas etwas was ich schön wiederholen etwas richtig geile ich weiß aber nicht warte wovon reden wir von einem Spezial was bald kommen wird ah das was wir haben ja schon bald 100 Folgen und sowas und so und so und so ja ihr wisst schon ja wenn ich mir bock zu boah nügel geht alle verrecken ich bin dick tot im König ich bin gerade von alleine gelaufen auch verdammt schreit schon ein bisschen Schreithaus Baby zu mir den Gefallen Probe ich würde die Drogen die Urteile alle mit mir schreit es ist uns auch nackt Fotos senden was die Kälte gestiert in dem um die wir die Bilder hochlädt und mir dann auf Facebook senden Krupp verdammt die Ehe wer das Wort Facebook in der heutigen Zeit copyright geschützt ist ich will nicht noch von mehreren Gema und Copyright Schützungen die auf meinen Videos haben jetzt habe ich jetzt gehen das Ziel ich habe ich gesehen und schon wieder dann darf doch Facebook Alta oder muss man schenken Geld ich brauche ich meine Witze ich brauche ein bisschen gesellschaft dafür kann ich nicht ich denke ich hätte einfach Glück wie ich immer da bin wieso bin ich eigentlich Karnewein ich war ein Blick aufs gewesen ich hätte so gerne gesehen wie man will wie viel man für wie viel man sich diese blöden Dinger hier kaufen kann der weiße der Schreis hat zuerst gar kein Look und auf einmal holt er sich so ein lustiges Clowns Gesicht so eine Clowns Fresse so wieder da so mit der Clowns Fresse Hyplocke da ist die Clowns Fresse wieder ich hab's nicht gesagt aber ich leg noch voran wir haben ja welche Räder sich übeln fahren wir auf unsere Maul Yannick die Clowns Fresse die Clowns Fresse welche Räder sich in der schenke Patrick ja Simon ja das war auch nur Scheiß ähm Maturro hm kennst du längst deine Real Life ja wen wen mich aus welchen Stätten sind sie eigentlich alle ja ich kenne ihn ich spreche nur 500 Meter von mir entfernt ja könnte denn kommen Ich spreche mit irgendwelchen Noobs hier aus irgendwelchen, keine Ahnung woher, zum Beispiel ein paar, jetzt das NRGN-Mann bei den Stimmen, nein, die sind jetzt nicht in den Letzt Place dabei, aber oft kamen in damaligen Folgen Leute aus Österreich oder aus Schweden. Simon, ja, so ein magischer Traum oder so ein Medi, ja, ihr erinnert euch, ein magischer Traum. Nicht Simon, eine Verspricht, die ganze Zeit, Dylan. Also welcher Raum nochmal? 460 Play 1. 160, okay. Warte, das kann er sowieso, glaube ich, nicht mehr so, doch, komm auf meine Seite. Ja, wär auch überhaupt nicht unfair oder so. Nein. Nee, der Lernberg, nee, ich mag die Matur, willst du uns nacktfotos von dir senden? Der, ich bin, ich glaube, ich nenne die Folge, wir wollen nacktfotos. Nimmst du gerade auf? Die Fakten müssen auf den Tisch. Nimmst du gerade auf? Nee, ich tue nur so, das macht alles die Aufnahme von selbst. Lol, ich hab da gerade geschrieben und du sagst das, lol. Killst du noch? Lol. Nein, ich tue nur so. Ey, so lauf dir bei ihr, ihr Wort, ich, bei mir die ganze Zeit so weg, Alter. Ich findest so geil, wie die Eidnummer fliegen, deswegen, was ich so geil, wie die Eidnummer fliegen, deswegen, was ich so episch aussieht, deswegen heißt ich, Alp.Clay, Dale. Mein Vornehm, ja klar, du wirst ja immer die Lupe, Dale. Nein, ich mag das, ich find das episch, guck. Wee, wee, wee. Scheiße. Musst du da jetzt am Raum stehen? Autsch. Nein, ich hinkucken. Alter, ich schwör, das leckt so. Buddy, you left your channel. Ja. Ploxy ist weg. Das ist auch Ploxy. Oh. Ich hör nur, Buddy, you left your channel. Ploxy ist weg. Buddy, you left your channel. Das sah gerade so aus, als ob ich mein Gewehr werfen wollte. So, so total sexy. Buddy, you left your channel, baby. Ey, Dill. What the fuck. Ich hab's auch Niveau los, hoch 10, ne? Oh, nein. Oh, gib's mir. Ja. Scheiße. Ich weiß, ich hab Langeweile. Komm, wir nehmen nochmal Whoppies. Hey, jetzt hab ich die Whoppies zum Sand angemacht. Haha. Toll. Aber ein paar... Alter, wie viel Prozent hab ich jetzt? Bei wie viel Prozent bin ich? Wir können ja gleich... Wir können gleich nachgucken, als ich geh... 99,23. Danke, Alina, ich will noch Nachtfotos von dir. Bis später da und schau. Wir sehen uns heute Abend im Bett.